Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht Andreas Baulig und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es so wichtig ist, in den sozialen Medien präsent zu sein mit einem Expertenangebot. Denn es gibt einen Aspekt, den viele nicht verstehen und an dieser Stelle geben sehr, sehr viele Menschen einfach potenzielle Kunden ab, die sie gewinnen könnten. Heute, schau, wenn du Coach, Trainer, Berater, Experte bist, dann löst du ja ein großes Problem im Leben deiner Zielgruppe. Entweder für die Unternehmen deiner Kunden oder eben für das Privatleben deiner Kunden. Und deine Kunden kaufen bei dir, weil du jemand bist, der schon über dieses Problem hinausgekommen ist, der bereits auf der anderen Seite ist quasi, nachdem man dieses Problem im Leben gelöst hat. So, man sollte präsent sein in den sozialen Medien, um Kunden zu gewinnen. Das ist eine. Aber wenn man sich zeigt, dann brandet man sich auch mit allem, was man zeigt. Wenn du diese Podcast-Folge zum Beispiel dir ansiehst als YouTube-Video, weil ich werde diese Podcast-Folge auch releasen auf unserem YouTube-Channel, dann siehst du zum Beispiel, dass ich diese Podcasts hier aufnehme in einem Video-Studio oder einem Podcast-Studio explizit. Du siehst an dieser Stelle, wenn du das YouTube-Video siehst, siehst du zwei meiner Bücher. Du siehst generell, dass das Ganze relativ hochwertig aussieht. Du siehst mich heute mit einem Polo-Shirt, das ist dann Maß angefertigt, hat mein Logo drauf. Ich habe auch heute immer wieder eine teure Uhr an und so weiter. Long story short, worauf ich hinaus will, du brandest dich, wann immer du auftauchst irgendwo. Und Leute assoziieren die Art und Weise, wie du auftauchst, mit einem bestimmten Gefühl. Und dieses Gefühl musst du aktiv steuern. Warum ist das Ganze so wichtig? Weil, wenn du Coach bist, wenn du Berater bist, wenn du Experte bist, dann kaufen deine Kunden dich nicht nur wegen der Lösung selbst, weil du jetzt eine Lösung hast, mit der sie von A nach B kommen, sondern sie kaufen auch zu einem gewissen Grad, weil sie ein bisschen so sein wollen wie du. Das heißt, was du nach außen darstellst, was du repräsentierst, wie du dich zeigst, wie du dich gibst, ist für die Leute auch eine Art Teaser, wie das Leben sein wird, sobald sie das, was du ihnen mitgibst, umgesetzt haben. Das bedeutet zum Beispiel, in unserem Fall, wenn du unsere Sachen umsetzt, dann ist deine Absicht wahrscheinlich ein signifikantes Unternehmen aufzubauen. Nicht nur so wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern was zu bauen, was Substanz hat. Deswegen zeigen wir auf Kamera Mitarbeiter. Wir zeigen, dass wir ein größeres Büro haben, dass wir eine Belegschaft haben, dass wir das Ganze professionell betreiben und so weiter. Und Leute konsumieren uns auch deshalb, weil sie selbst eines Tages auf diesem Level kommen wollen. Sie wollen ein bisschen so sein wie der Experte, den sie da buchen. Dementsprechend, wenn du zum Beispiel im Bereich Dating unterwegs bist und Beziehungsberatung erteilst, dann wäre es sinnvoll, zum Beispiel zu sehen, es ist nicht notwendig, um kommerziell erfolgreich zu sein, aber es wäre sinnvoll zu sehen, in den sozialen Medien, dass du eine Partnerin hast, dass du einen Partner hast, wie euer Leben so aussieht, wie ihr was Romantisches eventuell macht und so weiter und so fort. Dass man einfach sieht, dass du selbst auch in deiner Beziehung glücklich bist. Weil ich kaufe dich deshalb, weil du vermeintlich etwas hast, was ich auch eines Tages gerne erreichen würde. Und das ist das, worum es geht. Und dieses Bild musst du nach außen vermitteln. Und wann immer du keine aktive Kontrolle hast und auch keinen Filter hast, ich meine nicht jetzt den Instagram-Filter, der deine Haut schöner macht, sondern wenn du keinen Filter hast, was du postest und was du nicht posten solltest, hast du keine Kontrolle über das Bild, was du vermittelst. Dementsprechend mache dir bitte klar, dass alles, was du nach außen gibst, auch gleichzeitig dich brandet. Und du musst dir überlegen, bin ich in meiner Vorbildfunktion für die potenziellen Coaching-Teilnehmer, für die potenziellen Beratungskunden, bin ich eine attraktive Persona, bin ich ein attraktiver Arschetyp, wie der Zielkunde eines Tages in gewisser Form sein will. Und dementsprechend solltest du dich geben. Dementsprechend solltest du auch ein Image dir überlegen, dass du dann nach und nach erschaffst und nach und nach mehr nach außen gibst. Das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Erkenntnis. Das ist der Teilaspekt, den viele nicht verstehen. Und da kann man auch extrem viel falsch machen. Darüber muss man einfach sich Gedanken machen, darüber muss man aktiv Kontrolle übernehmen und darüber gewinnst du auch gewisse Kunden oder du stößt andere Kunden ab zum Beispiel. Du kannst dasselbe Angebot auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren. Wenn du zum Beispiel irgendwas zum Thema Achtsamkeit machen würdest, also innere Balance, gefestigter werden als Persönlichkeit, einfach auch ruhiger werden, Achtsamkeitstraining, Punkt. Wenn du jetzt jemand bist, der visuell aussieht wie so ein Yogi-Meister, ziehst du Leute an, die sich vorstellen können, eher in diese spirituelle Interpretation von Achtsamkeit reinzugehen. Wenn du gegenüber Achtsamkeit sprichst, in einem professionellen Look, mit einem Hemd, normal gekleidet, wie jemand, der auch Unternehmer ist und so weiter, und du sprichst trotzdem über diese Themen, dann wirst du mehr Menschen anziehen, die ihr normales alltägliches Leben beibehalten wollen, aber sich dann noch Achtsamkeit dazu holen, um das Ganze in ihr Leben hineinzuintegrieren, die so sein wollen wie du, nämlich scheinbar jemand, der erfolgreich ist und der trotzdem Achtsamkeit in seinen Alltag integriert hat. Weil Achtsamkeit kann auf der einen Seite so ein Yogi-Klischee sein. Ich könnte auch jemand sein, der sich auf Achtsamkeit stürzt und dabei aussieht wie so ein indischer Yogameister in einem Ashram. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die einfach normal aussehen und trotzdem darüber sprechen und dann zieht man ganz verschiedene Leute an. Deswegen, mach dir Gedanken darüber, wie du auf Kamera wirkst, wie das, was du in sozialen Medien zeigst, darüber kommt. Und kreiere einen potenziellen Arschetyp, der so attraktiv ist für die Zielgruppe, die du haben willst, dass sie sagt, das ist eine Person, die ich sein will. So möchte ich mich weiterentwickeln und so will ich eines Tages auch, vielleicht im Kleinen, nicht jeder will das jetzt haben, was der das Vorbild da hat oder der Coach oder der Berater oder der Trainer hat. Niemand will exakt so sein, aber ein bisschen. Ein bisschen wollen sie alle so sein und dementsprechend musst du dich darauf vorbereiten, dass du dieses Image kreierst. Ja, das war es auch schon von der heutigen Folge von mir. Ich möchte dich an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen, dass ein neues Buch von mir rausgekommen ist, das Buch Skalieren mit System. Du findest dieses Buch auf der Seite www.skalieren.de und kannst das Ganze sichern. Dieses Buch ist für Leute, die von einem Business mit so einer halben Million bis einer Million Euro Jahresumsatz auf Richtung 10 Millionen skalieren wollen. Wenn du noch eher am Anfang stehst, noch an der ersten Million pro Jahr arbeitest oder an den ersten paar hunderttausend Euro im Jahr Umsatz, dann empfehle ich dir mein Buch Wissen macht Umsatz. Dieses findest du auf der Seite www.wissenmachtumsatz.de. Du kannst auch gerne logischerweise immer ein Erstgespräch bei uns buchen auf der Seite www.andreasbaulig.de und dich dort eintragen. Wir sprechen dann mit dir und geben dir Ideen wie diese hier konkret für deine persönliche Situation mit auf den Weg, um dich auf ein ganz neues Level zu bringen als Coach, Berater, Trainer, Experte oder Dienstleister. Ja, das war es von heute von mir mit dieser Folge von die Coaching-Revolution. Wir hören und sehen uns dann in einer der nächsten Episoden. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Mein Name ist Maxim Beulgert und ich mache Fußballcoaching. Meine Ausgangssituation ist folgende. Ich habe so quasi das Business jetzt seit einem Jahr und möchte hierzu quasi auf das nächste Level kommen und skalieren, Umsätze steigern, Mitarbeiter einstellen und etc. etc. Meine Key-Learnings waren, dass ich mir selber auf dem Wege stehe und einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe und nicht immer verstanden habe, dass es eigentlich sehr, sehr einfach ist und es einfach im Großen und Ganzen um die Umsetzung geht, einfach etwas zu tun und anzugehen und ja, dass ich diese Blockade dann halt irgendwie auch so ein bisschen losgeworden bin. Mein bester Monatsumsatz mit, ich habe ja mehrere Unternehmen, lag bei 50k. Das ist halt wie so eine kleine Familie. Ich kenne die Jungs jetzt auch alle schon natürlich ziemlich lange und ja, man fühlt sich halt wie unter Freunden und es wird auch halt, weil ich auch andere Coaching-Programme kenne, es wird halt wirklich sich gekümmert und das finde ich cool. Wie hat sich mein Leben verändert? Ich bin auf jeden Fall vom Mindset expandiert. Also ich habe halt früher gedacht, so quasi, dass ich schon viele Sachen gut mache und hier wurde mir erst mal aufgezeigt, was eigentlich noch alles drin ist und was noch alles möglich ist.